So, aha, alles, willkommen zu 2002, Doom Odyssey Episode 2, sollte sein, ähm, boah, ja, 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 war gerade mein, äh, Qualitätskontroll-Job bei Anime Mirko, besuchen sie noch heute, Anime-Mia.to, das ist eine coole Seite, wo man praktisch, äh, ja, Fansubs von Animes praktisch gucken kann, als ich nicht gucken kann, äh, darüber reden, also, ist halt ein Forum, und da bin ich halt in der Gruppe, die selber translated von Animes ins deutsche Untertitelsystem, whatever, also, Okay... Die Leute, die 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 schreien, aber dann rumschreien, wenn die selber die. Ich gehe es hier erstmal nicht, so, aber ich... Ah, hier geht's hoch. Ah, okay. Oh! Wow. Hat sich er voll gelohnt. Fuck. Wir haben Schlaf erschossen hier. Wow. Ich konnte es jetzt schon wieder ab, weil die Fächer hier unten durchschießen können, aber ich natürlich da nicht durchsehen kann. Was hast du davon? Wow. Gleich drei Stück hier. Man kann es doch echt übertreiben. Ah, einer hat nur zieht. Alter, man sieht hier auf den Scheiß. Oh Hallo, wow, fuck, Elfenahm, äh, nein, nicht mich, wie konnte ich den nicht treffen? Geht doch. Sieht sehr einladend aus. Ich glaube, ich bin unerwünscht. Oha. Hatte ich mir schon mal gespielt? Komm, mir hat irgendwie alles in Bekannten vor. Hatte ich jetzt schon mal privat gespielt? Genau. Oh, Alter. Ja. Okay. Hä? Aha. Hakenkreuz. Nee, von wo kamen wir denn jetzt? Wir kamen von da. Genau. Okay. So, da ist ein Schall da. Was definitiv ne Falle ist. Oder auch nicht. Was? Was? Was ist sowas von ne Falle? Ja, ich fick euch alle her. Ja, jetzt ab. Ich kann mir jetzt noch mal... Oh nein, ich bin nicht gut. Hh. Ich weiß nicht. Drei. Ja, ich bin gut. Achso, von hier kommen wir wieder. Ich muss jetzt also in die andere Richtung. Achso, hier war aber gar nichts. Genau, hier war nur der Schalter. Was hat der jetzt gemacht? Achso. Ich habe das Ding runtergefahren. Hier geht es aber auch nicht weiter. Haben wir das bekommen? Auch nicht. Okay. Ich gehe erstmal wieder raus. Ah, okay. Aha, da haben wir schon eine große Tür. Und eine blaue Tür. Die einfach ist reich. Ja, komm. Fuck. Wow. Ja, stirb halt. Ich denke mal, da oben ist einer. Und da haben wir die da. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Aha. Vollidiot. Okay, bin also nicht gefangen. Das ist sehr beruhigend. Gibt es ja gerne mal so Türen, die aufgehen, aber dann auch zugehen, aber dann nie wieder aufgehen. Oh, da ist ein Knopf. Okay, also kommen wir zumindest damit schon mal in die andere Tür da hinten rein. Hätte man hier ruhig mal die Zukunft verstecken können. Ah, ich musste also hier den Knopf drücken. Und aus dem anderen Raumwissen war ja, das ist eine Falle. Okay. Das gefällt mir schon wieder nicht. Oh, das gefällt mir doch. Du Scheiße. Immer der Moment, wenn man nicht mehr sagen kann, dass es einem nicht gefällt. Okay, was ist das jetzt schon wieder getan hier? Oh, Alter, Leute. Nein, ich kann schon abholen. What the fuck? Was ist los mit denen hier? Was ist das hier? Gar nichts. Achso. Schalter. Äh, okay. Seht ihr? So etwas bringt immer dieses Unsichtbarkeitsdingster. Ähm, nur eben. Ab und zu funktioniert das nicht. Da können einem die jene Tropfen direkt erwischen. Obwohl man ja angeblich unsichtbar ist. Genauso wie man gerade an den Shotgunnern gemerkt hat, normalerweise reagieren sie auch auf einen nicht. Aber wir hatten ja vor kurzem noch eine Map, wo sie dann doch reagiert hatten. Obwohl ich eigentlich unsichtbar war. Äh, hier verbraucht man auch ein bisschen Munition. Auch geht eigentlich. Ey, Moment mal. Oh, bitte. Äh, ja, wer sich fragt, warum das hier immer zweimal lädt. Also einmal mit 30 und dann auf 31. Ähm, das ist praktisch dieser Systematik geschuldet, dass man ja im Echten kann man ja quasi einmal sein Magazin vollladen. Dann hat man ein paar quasi die 30 Schuss, die im Magazin passen. Man kennt aber bestimmt auch so bestimmten Actionfilme und sowas alles, dass irgendwelche Leute noch eine Patrone im Lauf haben. Und genau das wird simuliert, wenn man nochmal auf, äh, auf Nachladen drückt. Weshalb man denn 31 hat, oder so wie hier, jetzt 41, da hat man praktisch 40 im Magazin plus 1 im Lauf. Deswegen ist das halt immer mit dieser, zum einen ungeraden Zahl, äh, und zum anderen halt auch, dass man zweimal ladet, lädt, geladen hatte. Ich werde geladen haben. So ansonsten, achso, ja, Infosionstechnik sind wir wieder voll. Also, Raketen gibt es hier leider keine. Schade eigentlich. Äh, nein. Da. War eine relativ kurze Map. Achso, ja, eben, war auch die erste Map hier aus dem. Oh, uns fehlen noch 5 Secrets. Okay, also, äh, ja, für die Leute, die kein Bock mehr haben, hier ist das Ende. Ich suche mal doch die 5 Secrets. Alter. Da haben wir noch eine Menge aufzuholen hier. Äh, ich glaube, ich weiß, wo eins ist. Okay, doch nicht. Dachte schon, weil er uns jetzt hier so angelacht hat. Da dachte ich mir schon, das muss doch ein Sequel sein. Hm. Hier hat man ja alles abgeklopft. Gut, jetzt sind jetzt schon alle Gegner tot. Wir müssen also keine Angst mehr haben, dass uns hier jemand gerade über den Haufen schießt. Und jetzt sind wir schon wieder in dieser verwackten... ...wann wird die Form verlassen. Wow. Wollen wir denn hier rein? Achso, da ist gar nichts drin. Ist ja bloß hier Deko. Wow. Na, wir haben 100 Leben. Keine Ahnung, wann wir diese Form verlassen. Ach, hier ist noch ein Sequel. Also, ich bin in der Form hier so langsam. Ja, wir haben die gesamte Rüstung verloren und alles bis auf 100% Leben ist das behindert. Ja, das war ein schönes Sequel, danke. Haben wir jetzt hier ein Sequel gefunden? Ne, ne? Hier war keins. Wow. Wird ja gleich neu laden können hier. Verfluchte Scheiße. Wann ist jetzt so? Nein. Kommen wir hoch. Wann wissen wir was? Kann ich eigentlich auch gleich einsammeln? Danke, danke. Die Frage... Ah! Ne. Achso, klar. Gut, hier ist schon mal ein Sequel, was quasi direkt uns anlacht. Dann wollen wir mal so freundlich sein und zurücklachen. Alter, hier war nur ein Sequel? Wofür sind die ganzen anderen Sequel? Also, der Raum da muss schon mal Eingang haben. Das heißt, hier haben wir alles abgesucht. Nein, gar nichts. Nur diese scheiß Perle da. Die haben wir ja bereits gesucht. Okay, auch nicht, schade. Ey, das kann ja gar nicht sein. Na gut. Kann doch nicht sein, dass wir hier vier Sequels übersehen. Ey, die Wartner sagt uns doch direkt an hier. Was soll ich jetzt verarschen? Das ist doch nicht viel Sequel hinter. Hölder. So, hier war noch ein Sequel. Das haben wir aber schon gesehen, ne? Achso, das wurde ja gar nicht als Sequel gewährt. Ach, das schaut mal einer an. Äh, äh. Hier? Nein, andere Seite. Achso, aber hier kommt man rüber. Ah, voilà. So viel zum Thema Fake Wall. Was? Was? Bumm. Gut, dann haben wir zum Beispiel schon mal ein Sequel. Ähm, also drei jetzt insgesamt. Na komm. Auch nicht. Gibt's doch gar nicht. Muss hier ungefähr noch drei Sequel sein. Der hat doch gelacht hier. Wie das Licht flackert. 원이 Heaven Hiiii pur Also hier ist auf jeden Fall ein Sequel. Bei dem ist nur die Frage wie wir es auch bekommen. Oder? ja das ist nicht gut. Die Frage ist nur, wie wir wieder reinkommen. Bist du was? Komm, reicht. Aufs Ende. Warte mal kurz, ich versuche mal ein bisschen rum zu ballern. Ah, da ist immer noch eine Tür. Oh, diese drei Kerzen. Aha. Ja, jetzt können wir auf Suche nach Sequence gehen. Das heißt also, wir haben hier offiziell ja genau, jetzt sieht man auch da ganz wunderbar, da ist die Sequence. Nur die Frage ist, wie kommt man da hin? Auf jeden Fall ist jetzt den ganzen Schmal-Spritten näher, wir können jetzt gezielt. Hä, da ist gar kein Weg rein. Ach, leck mich doch, ernsthaft jetzt. Zwischen den Fenster. Das ist aber schon illegal, das wisst ihr, ne? Äh, ich hab ja vieles, für vieles was übrig, ne? Aber das ist ja nur offizielle Verarsche. Wie kann man denn sowas machen hier? Zwischen den Fenstern? Ist das euer Ernst? Alter, ist das hinterhältlich? Da kommt doch niemand drauf, dass da ein Eingang ist. Ich meine, ja gut, deswegen ist das natürlich gerade als Secret natürlich prädestiniert, klar. Aber, es ist so mit, ja schau doch hin, du stehst genau davor. Äh, gut, ja, und das letzte Secret ist das da oben, wo ich keine Ahnung habe, ob ich da reinkomme. Haben wir da für irgendeinen Schalter übersehen oder sowas? Ne, ne? Wie kann man das denn aktivieren? Oder ist das da per Teleporter? Ne, wir haben ja nur einen Teleporter hier. Ah, das ist ja, das ist ja noch ganz so. Der weiß genau, dass ihr wisst, dass er da ist. Ach komm, fuck off. Der macht sich über uns lustig. Das ist gar nicht genau so ein Ding. Da kommt man eigentlich super easy rein, aber ich check's einfach nicht. Arschloch. Feierabend. Du bist gewaltverherrlichend. Ja, speichere doch was du willst, Arschloch. Ha, der sieht gut. Schau mit V.